willkommen zurück ich weiß nicht wie ich heute ein bisschen mehr labern kann Jura ist auf seinen main account gewechselt weil wir jetzt mittlerweile C3 sind das heißt so hoch dass Jura mit seinem main kommen kann und ja ich will eigentlich wieder voll in den Modus den wir bei den letzten Folgen hatten und husteln und husteln nicht viel kommentieren husteln du bist Passingplay einfach hier dieses aufgeschlagene Ei ich weiß nicht er nimmt das schon in den Series und diese Tour-Explosion wo hat er sich die denn jetzt hergezogen 1-1 Ausgleich ist da Lego kommt gleich in Lisa glaube ich oh scheiße ich wollte schon nach hinten zu einer Richtung fahren 2-1 1-1 2-3 2-3 1-2 2-4 3 2-4 3 4 die kamera hatte ich nur so ein junger spritzer in diesen games wenn man manchmal noch trotzdem mit der kamera hinterher kommen verwundert nicht manchmal selber das war ein bisschen lucky dass ich den scheiße der karte gebaut ich hab halt keine koordination gerade das war anlacki eigentlich wollte ich den gegner nur haben sauber sauber der andere ist irgendwo ganz unten in der eck aber ich weiß nicht keine ahnung was er macht die die verwirren mich so hart die volle sau vorbei dass ich den flick noch mal gemacht gezündet hat wieso ist er da gesprungen was hat er gerade sich dabei gedacht die da muss ich einfach mal steigen Ich bin safe. Scheiße, da kam ich nicht mehr hin, weil ich so wenig Boost hat. Ich muss den Boost nicht mehr holen. Ich muss den Boost-Pets einsammeln. Den Boost hier einsammeln. Der Boost wieder hier einsammeln. Oh, Scheiße. Oh, ein bisschen früher den Flick, dann hätte ich ihn gebumst damit. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Die Season 3er-Grandies hier. Guck mal. Season 3er-Grandies und Season 3er-Grandies. Ich sehe keinen Unterschied. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, ich schaff. Boah, der war schwarz, der Ball. Den hab ich auch gerührt. Boah, jetzt nicht nachlässig werden hier bei den Boisers. Guck mal, die Anstöße, die laufen aber auch. Ich trau mich da jetzt nicht hoch zu gehen und den abzuwehren, das ist mit zu heiß. Ich hab null. Ich hol mir einen 100, der Boost. Scheiß auf den Wichser da grad. Kloppt ihn nach unten. Easy, dann ist das Game vorbei. Und jalla, rein, das nächste. Was so? Hallo? Nee, ich fang grad nicht, sorry. Die Box läuft heiß hier, alter. Geil. Maiko. Der war nicht so clean, wie ich dachte. Alter, gute Büro. Gute Büro, oder? Ich sterbe vor den Heller geknipst, der wird gewesen, aber die sind auch beide vorbeigesprungen. Das war, das haben sie sich selber zuzuschreiben. Waren wir beide schuld? Ich hier, weil ich dachte, er trifft ihn, springen extra Höhe ab für den Moment. Ah, er trifft ihn und da unten hat ihn einfach gut gesaugt. Er hat ihn da oben einfach nicht getroffen, sonst hätte ich ihn weggekackt. Oh, scheiße. So schlecht von mir. Ich hol keinen Boost, ich fahr einfach nur ins Tor. Den lasse ich ihm. Was hat er da nicht gemacht? Der Flick... Äh, nach dem Flick noch den Touch, da wusste der Gegner gar nicht mehr, das ist jetzt schon ein Grand Champion hier auf einmal. Ich will immer schöner Zusammenstoß schreiben und mit dem Account schreibe ich immer... Ich will immer ganz andere Sachen schreiben, weil die Accounts, die haben einfach unterschiedliche Chat-Einstellungen. Und jedes Mal bin ich einfach zu lazy-ass, um das zu ändern. Es ist eine Sache von 30 Sekunden, aber ich denke mir immer... Ach, du Scheiße. Sauber. Das spielen wir schön runter hier gerade. Ja, die Challenge... Die Challenge vielleicht, wollte ich jetzt sagen. Noch mal Stress machen. Damit rechnen Sie jetzt eher am wenigsten. Guck mal, einmal Stress gemacht, schon ist das Ding wieder drin. Aber gut, man muss auch sagen, wir sind natürlich bei 4-2 in den letzten 30 Sekunden auf Fall-Rest gegangen. Würde jeder so machen. Das heißt, da ist die Abwehr dann vernachlässigt. Ich glaube, so ging sein Lied. Was sind wir denn jetzt aktuell? C3L3.